Welche Schere? Hallo, mein Name ist Regina Lustig, ich bin Künstlerin und ich arbeite mit den Dingen, die wir alle jeden Tag in den Händen haben und wegschmeißen, mit Verpackungen. Und heute bin ich in der VHS Hitzing im 13. Bezirk und arbeite mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern von einem EU-Projekt und wir machen heute Kosmetiktaschen aus alten Plastiksäcken. Und dazu schneide ich erst die Plastiksäcke in so Streifen von ungefähr 1 cm Breite und die werden dann mit einer ganz dicken Nadel verlegt. Am Ende sieht das Ganze dann so aus, dann kann man auch noch einen Reißverschluss reinnehmen. Und jetzt wirklich einmal. ... ... ... ... ... ... ... ... Und dann hat es besonders Spaß gemacht. Aber seid mir immer ein bisschen komisch. Ja, es war eine Art of War. Ja, es ist eine Art of War. Ja, es ist eine Art of War. Und du kommst aus? Ja, es ist eine Art of War. Und du kommst aus? Ja, es ist eine Art of War. Und du kommst aus? Ja, ich komme aus der Czech Republic. Schorlin-Origin. Ja, original von Schorlin-Originiam-Cheese. Ja, es ist eine Art of War. 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 Ja, es ist eine Art of War.